Diese Veranstaltung haben wir konzipiert als eine Begleitveranstaltung im Rahmen dieser Ausstellung, weil diese Ausstellung ja sehr intensiv sich zwar nicht so sehr vom Inhalt der Bilder, aber von dem gesamten Umfeld der Bilder, von deren Autor, dem Maler und dessen jüngster Vergangenheit mit dem Thema beschäftigt, das wir heute diskutieren wollen. Die Substantive Flüchtling, Migrant, Asylant stehen für Menschen aus Fleisch und Blut, aus Herz, Hirn und Seele, haargenau so wie sie alle und ich auch. Nur, diese Menschen hatten das Pech, ohne ihr eigenes Zutun dort geboren worden zu sein, wo das Leben für sie und andere zur Qual bzw. ganz unmöglich geworden ist. Da hörte ich vor einigen Wochen am Nebentisch in einer selber Gaststätte jemanden argumentieren, Es gäbe seit langer Zeit arme Leute im Vorwerk, die den Kitt aus den Fenstern fressen müssten und den Flüchtlingen werfe man alles nach. Wetten, dass dieser Mensch sich noch im letzten Winter einen Dreck um das Vorwerk gekümmert hat, aber jetzt, wo er die Leute gegen andere instrumentalisieren kann, niedere Instinkte wachrufen kann, kommen sie ihm ganz gelegen. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit der religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisse ist unverletzlich. Ende des Grundgesetz-Zitats mit ein paar Weglassungen. Ich möchte ausdrücklich anmerken, dass in diesen ersten Artikeln des Grundgesetzes grundsätzlich von Menschen, von den Menschen die Rede ist. Erst ab dem Artikel 8 spricht das Grundgesetz von Deutschen. Dem oder denjenigen Deutschen, denen diese Festlegungen nicht passen, die müssen sich nach meiner Überzeugung eben ein anderes, ein für sie besseres Land suchen. Ich bleibe hier. Zum ersten Mal in meinem Leben erkenne ich für mich einen Grund, wirklich stolz auf mein Heimatland zu sein, wenn ich mir noch einmal vor Augen führe, die Bilder, die ich gesehen habe, von dem Empfang der Flüchtlinge am Hauptbahnhof in München. Danke. In den polnischen Flüchtlingslagern kann man keinerlei von Integration sprechen und die Willkür der Verwaltung kennt keine Grenzen. Mehrere Skandale schafften sogar bis in die polnische Presse. Zur Tagesordnung gehören verfaulte Lebensmittel bis zur Rattenschwänze im zubereiteten Essen. Die staatliche Behörde für Flüchtlingsfragen lehnte meinen Asylantrag mit folgender Begründung ab. Angeblich hätte ich in der Ukraine eine minderjährige Tochter. Für die ich nicht sorgen wollte, zurückgelassen. Die polnischen Behörden nahmen überhaupt keine Rücksicht auf die Tatsache, dass ich überhaupt keine Kinder habe. Und dies auch in meinem Reisepass fixiert ist. Des Weiteren habe ich mich damit beschäftigt, nachzufragen. Gerade bei Jugendlichen und auch bei Leuten, die unser Haus besuchen. Und auch außerhalb, also nicht nur in diesem Gebäude. Und wollte mal wissen, was kriegen wir eigentlich mit? Was bekommen unsere Jugendlichen mit? Ein Junge mit 15 Jahren? Ich finde es schon ein bisschen seltsam, dass alle nur nach Deutschland wollen. Also das sagen die im Fernsehen. Aber diese Leute in Dresden sind komisch und machen mir Angst. Weiblich 29 Jahre. Das Thema wird viel zu sehr gehypt. Die Medien und die Politik schwingen ihre Fähnchen, wie sie es gerade am besten brauchen. Mal sind es zu viele, die nach Deutschland kommen. Dann laden wir wieder alle ein. Ständig zeigt man nur die Flüchtlingsströme. Selten thematisiert man, wovor sie eigentlich flüchten. Weiblich 8 Jahre. Im Fernsehen sehe ich immer die Bilder von den Leuten. Die hängen an den Zäunen. Und die Kinder haben ganz schlimme Sachen an. Ich finde das traurig. Die wollen doch bestimmt auch etwas Schönes anziehen. Ich frage, würdest du mit ihnen deine Kleidung teilen? Ja, auch mein Essen. Meine Spielsachen. Und die haben bestimmt ganz doll Hunger. Weiblich 6 Jahre. Mich machen die Flüchtlinge im Fernsehen traurig. Ich muss immer weinen. Die sind getrennt von ihrer Familie. Ich vermisse meinen Bruder so sehr. Der ist nämlich auch ganz lange weg. Und Papa kommt auch nur am Wochenende. Denen geht es wie mir. Männlich 10 Jahre. Ich verstehe nicht, worum das da geht. Es kann doch jeder hinziehen, wo er will. Wir sind doch auch schon zweimal umgezogen. Da haben wir auch niemanden gefragt, ob wir das dürfen.